Willkommen zu unserem Video über die besten Onea Kopfhörer. In diesem Video stellen wir Ihnen eine Auswahl hochwertiger Kopfhörer vor, die ein beeindruckendes Klangerlebnis bieten. Von kraftvollen Bessen bis hin zu kristallklaren Höhen, diese Kopfhörer sind perfekt für Musikliebhaber und Audiophile. Wir zeigen Ihnen die neuesten Technologien, komfortablen Designs und stillvollen Ausführungen, die jedes Musikerlebnis auf ein neues Level heben. Egal, ob Sie unterwegs oder zu Hause sind, diese Onea Kopfhörer bieten Ihnen den besten Klang für ein unvergessliches Hörvergnügen. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam eintauchen und die Welt des audiophilen Genusses erkunden. Auf Platz 5 geht es aufwärts für die Sony WH-CH520 kabellose Bluetooth Kopfhörer. Die Sony WH-CH520 kabellosen Bluetooth Kopfhörer bieten eine beeindruckende Vielzahl von Funktionen, die den täglichen Musikgenuss zu einem wahren Vergnügen machen. Mit der Bluetooth MultiPoint Connection kannst du ganz einfach zwischen verschiedenen Geräten wechseln und deine Lieblingsmusik ohne lästiges Kabelgewehr genießen. Die Tastenbedienung macht die Handhabung der Kopfhörer spielend einfach und das Highlight ist die Möglichkeit, sie mit deiner Stimme zu steuern. Die Verbindung mit Swift Pair und Fast Pair ist ein Kinderspiel, was besonders praktisch ist, wenn du die Kopfhörer mit verschiedenen Geräten nutzen möchtest. Die Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden ist beeindruckend und gibt dir die Freiheit, stundenlang Musik zu hören, ohne dir Gedanken über den Akku machen zu müssen. Und falls der Akkustand doch mal zur Neige geht, kannst du mit nur einer dreiminütigen Schnellladung ganze 1,5 Stunden Musik hören. Das ist genial! Die Digital Sound Enhancement Engine sorgt für eine optimierte Klangqualität, indem sie hochfrequente Töne und allmählich ausklingende Klänge wiederherstellt. Dadurch erhältst du eine authentischere und beeindruckende Audio-Performance. Mit den IQ-Einstellungen in der Sony Headphones Connect App kannst du den Klang sogar noch weiter an deine persönlichen Vorlieben anpassen und ein individuelles Hörerlebnis schaffen. Ein weiteres praktisches Feature ist die Möglichkeit, Anrufe mit nur einem Klick auf die Tasten an den Ohrmuscheln entgegenzunehmen, ohne das Telefon aus der Tasche nehmen zu müssen. Das hochwertige integrierte Mikrofon und die Noise-Canceling-Funktion gewährleisten dabei klare Gespräche, selbst in lauten Umgebungen. Der Tragekomfort der Kopfhörer ist ebenfalls bemerkenswert. Der verstellbare Kopfbügel, die weichen Ohrpolster und das leichte Design ermöglichen es dir, die perfekte Passform zu finden und die Onya Kopfhörer stundenlang bequem zu tragen. Auf Platz 4 geht es aufwärts für die Jabber Elite 45H kabellose Onya Kopfhörer. Die Jabber Elite 45H kabellosen Onya Kopfhörer bieten eine überragende Klangqualität und ein außergewöhnlich klares Musikerlebnis. Mit ihren großen 40 mm Lautsprechern liefern sie Spitzenklang, der audiophile Musikliebhaber begeistern wird. Die Kopfhörer sind kompakt, faltbar und leicht, was sie zu einem idealen Alltagsbegleiter macht. Die weichen Schaumstoffpolster mit Memory-Eigenschaften sorgen für höchsten Tragekomfort und eine optimale Passform. Besonders beeindruckend ist die lange Akkulaufzeit der Jabber Elite 45H. Nach nur einmaligem Aufladen können Sie Ihre Musik für bis zu 50 Stunden genießen. Dies ist perfekt für lange Reisen oder lange Arbeitstage, ohne sich Gedanken über das Wiederaufladen machen zu müssen. Zusätzlich gibt es die praktische Funktion, dass Sie mit nur 15 Minuten Aufladen bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit erhalten können, ideal für unterwegs, wenn die Zeit knapp ist. Ein weiterer herausragender Aspekt ist die MySound-Technologie von Jabber, die ein ideal abgestimmtes und personalisiertes Klangerlebnis ermöglicht. Durch die neueste Technologie können Sie den Sound an Ihre eigenen Vorlieben anpassen und somit ein individuelles Musikerlebnis schaffen. Die Jabber Elite 45H-Kopfhörer sind mit der Zwei-Mikrofon-Technologie ausgestattet, die sicherstellt, dass Sie auch unterwegs immer in Verbindung bleiben können. Die eingebauten Mikrofone ermöglichen klare Anrufe und eine gute Sprachqualität, unabhängig von Ihrer Umgebung. Im Lieferumfang enthalten sind die Jabber Elite 45H-Kopfhörer, ein USB-Ladekabel und eine praktische Tasche zur Aufbewahrung. Die Kopfhörer sind in eleganter schwarzer Farbe erhältlich und wiegen nur 160G, was Sie angenehm leicht macht. Die Abmessungen von L106 und 80mm von B157 und 50mm von H60,5mm sorgen für eine kompakte Bauweise, die einfach zu transportieren ist. Zusätzlich bietet Jabber eine großzügige 2-Jahres-Garantie auf dieses Produkt, was das Vertrauen in die Qualität und Langlebigkeit der Kopfhörer unterstreicht. Auf Platz 3 geht es aufwärts für die Beatzolo 3 kabellose Bluetooth-On-Ear-Kopfhörer. Die Beatzolo 3 kabellosen Bluetooth-On-Ear-Kopfhörer sind eine herausragende Wahl für Musikliebhaber, die kabellose Freiheit und erstklassige Klangqualität suchen. Das elegante Design in schwarz und das legendäre Beatz-Logo verleihen Ihnen einen modernen und ansprechenden Look. Mit einer beeindruckenden Batterielaufzeit von bis zu 40 Stunden sind die Solo 3-Kopfhörer perfekt für den täglichen Gebrauch. Egal, ob Sie unterwegs sind, im Büro arbeiten oder Ihre Lieblingsmusik beim Sport hören möchten, diese Kopfhörer halten mit Ihnen Schritt und bieten stundenlangen Musikgenuss. Und falls Sie mal vergessen haben, die Kopfhörer aufzuladen, ermöglicht die praktische Fast-Fool-Funktion eine Wiedergabe von 3 Stunden mit nur 5 Minuten Ladezeit. Die Kompatibilität mit iOS und Android macht die Solo 3-Kopfhörer äußerst vielseitig und lässt sie nahtlos mit ihren Geräten verbinden. Dank des Apple W1-Chips und Bluetooth der Klasse 1 erfolgt die Verbindung schnell und zuverlässig, sodass Sie Ihre Musik in bester Qualität genießen können. Der anpassbare Sitz und die gepolsterten Hörmuscheln sorgen für hervorragenden Tragekomfort, auch bei langem Musikgenuss. Das ergonomische Design der Kopfhörer ist robust und zusammenklappbar, was die Aufbewahrung und den Transport erleichtert, ideal für unterwegs. Die Multifunktionsbedienelemente am Ohr ermöglichen es Ihnen, Anrufe anzunehmen, die Musik zu steuern und Siri zu aktivieren, ohne Ihr Smartphone in die Hand nehmen zu müssen. Diese bequeme Steuerung macht die Verwendung der Kopfhörer einfach und intuitiv. Was den Sound betrifft, liefern die Beat Solo 3-Kopfhörer eine preisgekrönte Klangqualität. Die einzigartige Akustik erzeugt einen klaren, breiten und ausgebogenen Klang, der die Feinheiten ihrer Musik perfekt wiedergibt und ein beeindruckendes Hörerlebnis schafft. Auf Platz 2 geht es aufwärts für die Marshall Major 4 On-Ear Bluetooth-Kopfhörer. Die Marshall Major 4 On-Ear Bluetooth-Kopfhörer sind ein absolutes Highlight für Musikliebhaber, die nach kabelloser Freiheit und legendärem Sound suchen. Das unverkennbare Marshall-Design mit dem klassischen Logo verleiht den Kopfhörern einen zeitlosen und ikonischen Look. Ein herausragendes Merkmal des Major 4 ist die beeindruckende kabellose Spieldauer von mehr als 80 Stunden. Dies ermöglicht stundenlangen, ununterbrochenen Musikgenuss, egal ob unterwegs, im Büro oder zu Hause. Wenn der Akku doch einmal zur Neige geht, kannst du den Kopfhörer ohne Kabel aufladen, was das Aufladen noch einfacher und bequemer macht. Mit der Schnellladefunktion erhältst du bereits nach nur 15 Minuten Ladezeit satte 15 Stunden Hörgenuss, ideal, wenn es schnell gehen muss. Die kabellose Verbindung erfolgt über Bluetooth 5.0, was eine stabile und zuverlässige Verbindung mit deinen Geräten ermöglicht. Der Major 4 bietet zudem volle Kontrolle mit einem einzelnen Bedienknopf, der die Steuerung der Musik und Anrufe intuitiv und einfach macht. Der legendäre Marshall-Sound des Major 4 begeistert mit dröhnendem Bass, geschmeidigen Mitten und brillanten Höhen. Die speziell angepassten Treiber liefern einen kraftvollen und unübertroffenen Sound, der dich immer wieder in seine Klangwelt eintauchen lässt. Die Kopfhörer sind ergonomisch gestaltet und bieten einen bequemen Sitz auf den Ohren. Die weichen Ohrpolster sorgen für angenehmen Tragekomfort, auch bei langem Hören. Das robuste Design macht den Major 4 langlebig und bereit für den täglichen Einsatz. Auf Platz 1 geht es aufwärts für die Beats Solo Pro kabellose Bluetooth-On-Ear-Kopfhörer. Die Beats Solo Pro kabellosen Bluetooth-On-Ear-Kopfhörer sind eine Spitzenklasse-Auswahl für audiophile Musikliebhaber, die nach einem unvergleichlichen Hörerlebnis suchen. Das elegante Schwarz und das ikonische Beats-Logo verleihen ihnen ein modernes und stilvolles Aussehen. Mit dem aktiven Noise-Cancelling der Solo Pro-Kopfhörer kannst du dich vollständig in deine Musik vertiefen, da störende Außengeräusche effektiv unterdrückt werden. Wenn du den Transparenzmodus aktivierst, nimmst du hingegen deine Umgebung wahr, ohne die Kopfhörer abnehmen zu müssen, ideal für Situationen, in denen du aufmerksam bleiben möchtest. Die lange Wiedergabezeit von bis zu 22 Stunden bietet stundenlangen Musikgenuss ohne Unterbrechung. Wenn ANC und der Transparenzmodus deaktiviert sind, kannst du sogar beeindruckende 40 Stunden Wiedergabezeit erreichen. Dank der praktischen Fast-Full-Funktion reichen 10 Minuten Ladezeit bei niedrigem Ladestand aus, um weitere 3 Stunden Musik zu hören. Perfekt für Menschen unterwegs. Durch den Apple H1-Chip und Bluetooth der Klasse 1 erhältst du eine größere Reichweite und eine zuverlässigere Verbindung mit deinen Geräten. Die Solo Pro-Kopfhörer sind kompatibel mit iOS und Android, was dir vielseitige Nutzungsmöglichkeiten bietet. Die freihändige Bedienung über Hey Siri auf iOS-Geräten und die Sprachsteuerung über die B-Taste bei kompatiblen Geräten ermöglichen es dir, deine Kopfhörer bequem zu steuern, ohne dein Smartphone berühren zu müssen. Das automatische Ein- und Ausschalten der Kopfhörer durch Auf- und Zusammenklappen ist ein cleveres Feature, das die Akkulaufzeit optimiert und die Benutzung der Kopfhörer besonders praktisch macht. Zusammenfassend bieten die Beats Solo Pro kabellosen Bluetooth-On-Ear-Kopfhörer ein hervorragendes Hörerlebnis mit erstklassigem Noise-Canceling und einer Vielzahl beeindruckender Funktionen. Wenn du nach kabellosen Kopfhörern suchst, die sowohl in Sachen Klangqualität als auch Komfort überzeugen, sind die Solo Pro Kopfhörer die perfekte Wahl. Tauche ein in deine Musikwelt und genieße den unverwechselbaren Sound von Beats mit diesem Spitzenprodukt. DAY'S SHARE 6 1 6 6 9 8 8 Bis zum nächsten Mal.